Hallianu, Hallöchen! Ein Schogalbärchen haben wir drin. Tja, die sind wohl auch auf Leveljagd oder sie sind tatsächlich am trainieren zusammen das hinzukriegen. Keine Ahnung. Naja, werden wir ja sehen wie es läuft. Abator, das macht es schwer. Ein Abator auf Jogal mit Heal-Skill, wenn es den noch gibt, weiß ich nicht, wir haben lange nicht mehr gespielt. Wäre echt tödlich, wenn du Jogal noch heilen kannst, also dieses heilende Schild verpassen, wenn, wie gesagt, wenn es das noch funktioniert. Kann ja sein, dass die den wieder umgeskillt haben. Dann wäre das echt übel, die zusätzliche Feuerkraft nicht auszudenken hier. Die Schlacht beginnt in zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sylvanas geht das normalerweise allein an mit Ternate. Oh, beide haben einen Healer. Klar, ja, Kasim. Beide haben einen Healer. Was macht die denn? Jetzt sagt bloß, der, der läuft, hat die schlechte Verbindung. Oh, das wäre es natürlich jetzt. Hm. Das wäre es natürlich jetzt. Hm. Die Range ist noch nicht weit genug. Ich bleib noch hier. Ja, aber wie die sich jetzt fühlen müssen, gegen zwei so Monster, ist ja schon echt nicht ohne. Vor allem kriege ich jetzt hoffentlich möglichst schnell meine 150. Oh. Okay. Auf die Range aufpassen. Der war natürlich passend gelegt. Hm. Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon. Tja. Wirklich viel Damage haben wir dem jetzt nicht beigebracht. Ich sollte vielleicht noch mal... Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon. Einmal so. So. Kann ich schon. Verdammt. Sehr schön. Hm. Sollten wir nach unserem Eingang gucken. Oh, die Hacker. Hm. Ich muss jetzt wieder aufpassen. Und das? Oh, 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 oh. Das wird... Verdammt. Aber wir haben die... ... gut beschäftigt. Bei uns liegt das Leben nicht. Hm. Romy bei unserem Okay Wollen wir doch mal sehen, ob da noch Ah, die Raka, okay Kein Problem Ich sollte mal mein Talent gucken Zu mir Sterbliche, wir marschieren gegen die Tore der Hölle Ah, das sieht doch gut aus Ah Mist Ah, dieses Tor, verdammte Haken Romy kann auch durch Durch Wände durch Scheint es mir nicht so Zweimal schon gestorben Ich bin mir jetzt nicht sagen, ich habe mich auf mich aufgepasst, aber Fast schon den Anschein gehabt Hm Romy hätte ich fast noch Das ist natürlich jetzt ärgerlich Mit den, 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 den Blutteilen da Ich brauche mein Blut Oder mein Fleisch, besser gesagt Das hätte ich jetzt nicht erwartet Krass Die sind allesamt hier Ich bin echt übel, wenn die ganz vorkommen Das war Glück Hm, shit, okay Ich fang auch alles ab Was die mir entgegenwirft Ich war im Ärmel Woher sehen die mich Woher wissen die, wo ich stehe Hm Verdammt Ich muss eine neue Position beziehen Oh Das war ja mal relativ gleich Das hätte ich jetzt nicht Unbedingt erwartet Das war ja Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Scheiße, habe ich da nicht weiter angegriffen? Die Gerechtigkeit hat absiegt. 431, warum funktioniert das bei mir nicht? Keine Ahnung. Unglaublich. Ah, die wollen irgendwas vorzulegen. Da haben sie ja auch recht. Das sollten wir dann aber auch mit allen durchmaschinen. Das wäre ich ja ganz umsonst. Ich werde ein wenig Platz brauchen, bis ich wieder vollständig genießen werde. Das ist ein wenig Platz. Das ist ein wenig Platz. Das ist ein wenig Platz. Das Problem ist, dass sie nicht langsam genug haben. Die haben schon wieder so eine komische, wanklingsmütige Kampfmoral. Erstmal voll drauf und dann einfach wieder weg. hab ich nichts wirklich erreicht. Das war ja genial. Jetzt hätte ich hier wieder gestanden gegen alle. Eine Ulti hätte ich gerade eben gebrauchen können. Jetzt auf einmal willst du Hilfe haben oder was? Oh ja, deine Ulti bringt dir da nicht viel. Nicht bei so vielen Leuten. Oh ja, das war ja. Oh, er ist doch noch aufgetaucht. Er hat die Hacker ungebraucht. Und getötet. Das ist natürlich für mich jetzt nicht so, dass ich so oft gestorben bin. Vor allem wegen meiner Quest hier. Ich bin ja auch so gut wie gar nicht auf den Lanes immer noch. Und aktivieren dann Stunnen und reinrennen. Tja, das war ein Versuch. Der Versuch ist gescheitert. Guterweise. Boah, gibt's auch negative Fleischstücke? Dass ich mein eigenes Fleisch verliere? Irgendwie sowas. Das wär ja irgendwie was. Oh, dein Schach. Gar nicht mal die meisten. Ich will mal bei denen bleiben so ein bisschen was. Wird das ja wohl nichts. Das Problem ist, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt noch weiter angreifen wollen. Welche Kühnheit. Hm. 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 Süßes Soldnerlager wartet darauf, erobert zu werden. Hm. Gut gemacht, meine Verbündeten. Wo mache ich jetzt das Ganze nicht? Sicher nicht. Das ist doch schön. Nein, nicht schon wieder. Schöne Unterschiede, was den Heldenschaden angeht. Oh, der Magier. Ist natürlich stärker. Ich muss echt aufpassen. Wieso haben die denn überhaupt nichts gemacht? Okay. Okay. Jetzt bin ich geschwächt. Mit welchem Effekt auch immer. Ich werde dieses Land von eurem Bühnelein ausgeboten. Aber später als Trinidad und Sylvanas. Das ist doch schon mal was. Außerdem scheint es ja jetzt so, als ob wir gerade mit unserem Engel ganz gut die Festung angreifen. Obwohl er gerade gar nicht die Festung... Doch, er attackiert ganz unheftig das Schild. Schöne und Geil sind ja einmal gestorben. Ich nehme mal an, Trinidad hat sich bei denen aufs Heilen konzentriert. Hätte ich vermutlich auch. Ich vermutlich auch. Boah, 17 Minuten. Das ist ja... Zack und vorbei. Die meiste Zeit war ich tot. 1, 11, 0. Wer hat denn denn die ganzen Kills gemacht? War schon klar, dass ich da nicht auftauche. Oh, die hat 32% der Unsterblichkeitsschaden gemacht. Puh. Ähm. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Drei Söldnerlager. Habe ich das? Ernsthaft? Okay. Level 4. Ich brauche noch zwei bis drei Spiele. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell sie sind. Welche Karte und ob wir gewinnen oder nicht.